Junge, 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 so eine Wattakalanche müssen wir hier machen. Und ich habe mich jetzt extra schick gemacht und nun muss ich in diese Tonne rein. Und da soll noch Wasser rein und von oben und von unten Wasser. Aber um Gottes Willen, nee, 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 so wird das nicht. Und überhaupt, die müssen aus. Och Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und das auf meine alten Tage. So, hier ist eine Leiter und ich werde mal ein bisschen, Wasser ist auch noch nicht genug drin. Ui, 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 um Gottes Willen. Aber das reicht, das reicht, das ist ja so kalt, das reicht, das reicht. Da ist Wasser und da ist Wasser und ach, das reicht. Dann nehmen wir mal die Leiter. Ja, oh, ist das tief, ist das tief. Wie soll denn so eine alte Frau da reinkommen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann auch noch so ein Löschheimer. Da muss ich aber mal gucken, wie ich das dann mache. Oh meine Güte, oh meine Güte. Der muss ja auch gut zu lesen sein, ne? Der Löschheimer von der Feuerwehr hier auch rein. Und ich werde ein bisschen schummeln, das muss erlaubt sein. Da kommt jetzt dieses Ding rein. Das ist doch viel zu tief für so eine alte Frau. So. Nun geht das los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das geht ja um Freibad hier für Stadt Hagen, ne? Und dafür soll Geld gesammelt werden. Und das ist dann die Stadt Hagen-Pol-Karlange oder so heißt das. Jetzt bin ich schon drin und jetzt gehe ich ins Wasser. Erst noch diesen Eimer holen. Den soll ich mir auch noch über den Kopf kippen. Es ist ja wohl Junge, 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 Junge. Frau Ute Hartmann-Höhnke, da haben sie was gemacht. So, jetzt gehe ich da unten rein. Oh, ist das kalt. Ja, und dann sollen das ja auch noch andere Leute machen. Und da sage ich mal, ich sage, die Margit Farbe, die soll da noch sowas machen. Der Ernst-Dieter-Farbe und der Klaus-Farbe. Die sollen das auch mal erleben, was ich hier mache. Das ist schon ein bisschen. So, und jetzt kommt noch von oben. Ich sage nur, Prost, Mahlzeit. Oh, ist das schön. Und jetzt sehe ich überhaupt gar nichts mehr. Jetzt muss ich hier auch wieder raus. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt noch hinkriegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das können sich auch all die angucken, die nächsten Sonnabend in Baden-Wollen am 12. September um 16 Uhr auf dem Marktplatz Stadthagen. Ja, es wie die Zittlau sagt, das war ein schönes Bad. Und tschüss.